ist denn das zu dumm das kann doch nicht sein guckt euch das an knallt ihn weg den popo kopf den elenden es muss ich mal ein paar kills mit der schruttfinte machen uns all nix happy oder bin ich schießt denn da so böse so next one please komm raus komm schon traurig hallo tut ja auch nix okay lol was ist denn heute los also klappt ziemlich locker vom hocker wenn ich hier weg ist ja optimal für nix schnallt es irgendwie nicht heute wenn es der tag der kopflosen oder wie sehr gut sehr gut weitermachen ich will mich nicht beschweren sonst sind die kopflosen bei uns das ist doch blöd immer nicht weg aber jetzt aber ich muss doch nicht schießen ne ne ok sonst noch mehr ja 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 Hehehehe, kommen alle rum. Ha! So, unklapplich. Warte. Ne! Warte, führ' kurz um die Mauer. Ah, shit. Lebe ich noch? Ne. Ah, schade. So geil. Wirklich. Extrem lustig heute. Los, ich will nochmal. Lass' ich raus. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Ich weiß gar nicht, was sie geändert haben. Also sie haben natürlich schon einen Haufen geändert, aber... Warum genau? Da ist ja kein Kino. Ja. So ist doof, wenn da keiner ist. Kann ich hier rumkrauchen? Ne, nicht wirklich. Jetzt sind auch ein bisschen schon überlagert, das Ganze. Ja? Ne, jetzt will ich da nicht mehr hin. Jetzt ist doof. He, he. Aber wie wird der denn erschossen? Ab und zu flutscht da noch mal einer durch, oder wie? Komm, wir warten. Zweimal. Ich bleibe unten, du bleibst oben. Okay. Trau' uns. Bist du hinter mir? Nö. Nö. Ah, lol. Ja, sorry. Tut mir leid. Du. Nein. Wo denn? Da hast du was davon. So. Schön abcampen, wie die halt auch immer machen. Ich ärgere mich da gar nicht mehr drüber, ich mach einfach mit. Feindlicher Sanitäter gesichtet. Nö, da warte ich hinten. Ja, siehst du, das ist nämlich nicht gut. Nicht gut. Da sitzt eine, wie büsch, wie büsch. Nö, 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 nö. Da hab ich keine Presse dran. Mal gucken. Na komm ruhig raus. Ich wackel da nicht lang rum. Was? Ah, geht weg. Ah, geht weg. Hin. Rein. Go, go, go. Unten ist keiner, sicher. Kommen sie alle hochgerannt. Ja, heilen. Na ja, vielen Dank auch. Jetzt wird's langsam düster. Hüpf. Hab ich. Na, den hab ich schon noch aufblicken sehen, wie sie getroffen hatten. Ja, ich hab's von der dummen Rolle eben runtergelassen vorhin und, äh, ja. Stört mich aber immer noch, ehrlich gesagt. Hebt der... Schärf mich auf. Hebt mich auf. Ist noch lange nicht sicher. Na toll. Oh, wo von mir ist da. Elf Sekunden noch. Na ja, da ist ja nur viel. Granate! Hab ich den Punkt jetzt nicht mitgekriegt? Nein, ne? Nein! Das kann nicht sein. Ich bin einen Meter aus dem Bereich rausgelatscht. Was für'n Scheiß. Oder? Da käme ich die ganze Zeit hier rum. Das kann nicht angehen. Hast du gut gemacht. Gut gemacht. Verdammt. Ah, das ist echt ehrerlich. Dann wären da bestimmt wieder 500-600 Punkte gewesen für nix und wieder nix, die jetzt weg sind. Muss ja nicht sein. So'n Scheat. Ja, dunkel ist wirklich dunkel, würde ich sagen. Also... Aber das war ja schon immer so. Ja, jetzt halt durch die blöde Sonne sieht man halt nicht so viel in dem Moment. Aber, ähm... Naja, was wollen wir machen? Sichtkontakt! Wo ist der Lightning? Da hinten ist der Lightning! Komm raus! Sau! Wir kriegen dich! 300 Meter! Oh, da stürzt alles vorwärts. Vorwärts! Da ist der Lightning! Da oben! Warte, jetzt ging hab ich schon mal dabei, oder? Nicht?! Sehr gut gesprungen! Da fährt der Lightning! So, doch! Blüh! 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 Nein, 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 nein! Warte mal! Das scheiß Ding! So! Okay, ich geh' ein bisschen nach oben! Nach oben! Hinter die Linie! Höp! 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 Und jetzt von oben! Kann man das nicht hier von oben? Das müssen wir können! Hier ist keiner zu sehen! Alle weg! Ich seh' fast gar nichts! Hinten noch welche! Hinten noch welche! Habe ich verbindet mit erschossen! Das tut mir leid! Aber im Krieg, äh, 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 gibt's Verluste! Oh mein Zehl! Wiii! Ob ich hier Erster sein muss, ist eh Zu bezweifeln? Von unten da hoch? Ja, all schon besser! Ja, ich laufe, bin durchs Bild, zieht mich niemand, doch, 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 na, schade. Okay, Leute, ich würde sagen, war eine total geile Runde, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ja, um der neue Patch, ich kann nicht sagen, dass er irgendwie geschadet hätte, ja, bei mir ist alles gut, bis beim ersten Einloggen hatte ich halt diese komischen Probleme, dass niemand in der Station war und dann das Spiel abgeschmiert ist, aber jetzt muss ich sagen, lief alles wieder einmal frei und die, mit den Namen, diese Verbesserung, finde ich echt gut. Ja, genau, ich hoffe, hat euch Spaß gemacht, wir sehen uns beim nächsten Mal, habe die Erde, tschüss!